Den privaten Internetanschluss bei der Steuer als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzen? Wie das geht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Für Arbeitnehmer und auch für Betriebe. Wir beantworten auch die Frage, ob das Abzugsverbot für Arbeitszimmeraufwendung oder die Homeoffice-Pauschale uns einen Strich durch die Rechnung macht. Zum Schluss habe ich dann noch einen Gestaltungstipp für Sie. Geschäftsführer einer GmbH haben es dabei am einfachsten. Mein Name ist Stefan Mücke und wenn Sie Steuer zahlen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Der Internetanschluss gehört doch heute zu jeder Wohnung. Jeder hat Internet. Und deswegen bin ich auch verwundert, dass so wenige die Kosten auch für den privaten Internetanschluss als Erwerbsaufwand steuerlich geltend machen. Sie zahlten bisher für Ihren Internetanschluss 50 Euro im Monat, 600 Euro im Jahr. Dann kam Corona und das Homeoffice hat eine völlig neue Bedeutung bekommen. Und selbstverständlich nutzen Sie das Internet auch für betriebliche Zwecke, stärker denn je. Wenn Sie das Internet bisher ausschließlich privat genutzt haben und 600 Euro im Jahr gezahlt haben, was zahlen Sie denn dann, wenn Sie das Internet jetzt privat und betrieblich nutzen? Auch 600 Euro. Mehrkosten also 0 Euro. Wie hoch sind denn jetzt die zusätzlichen Kosten durch die betriebliche Nutzung? 0 Euro. Sind wir damit schon am Ende? Wie ermittelt sich denn der betriebliche Anteil von gemischt genutzten Gegenständen oder gemischt genutzten Leistungen? Müssen wir denn dabei zwischen Fixkosten und Variablenkosten unterscheiden? Müssen wir diese über Grenzkosten ermitteln, so richtig in die Kostenrechnung einsteigen? Das müssen wir glücklicherweise nicht. Die Rechtsprechung ermittelt den steuerlichen Erwerbsaufwand bei gemischt genutzten Gegenständen und gemischt verbrauchten Leistungen bisher nicht unter Grenzkostenüberlegung. Übrigens, das Aufteilungs- und Abzugsverbot steht einem Abzug der Aufwendungen nicht entgegen. Beim Arbeitszimmeraufwand, wenn wir kein abgeschlossenes Arbeitszimmer haben, sondern nur eine Arbeitsecke, dann können die Aufwendungen wegen diesem Aufteilungs- und Abzugsverbot steuerlich nicht geltend gemacht werden. Bei den Internetkosten gilt dieses Aufteilungs- und Abzugsverbot aber nicht. Wie ermitteln wir denn jetzt den Erwerbsaufwand? Dazu benötigen wir zwei Komponenten. Erste Komponente, wir ermitteln unsere Gesamtkosten für den Internetanschluss. Bei Arbeitnehmern und Einnahmenüberschussrechnern berücksichtigen wir alle Zahlungen für den Internetanschluss, die im Jahr geleistet wurden. Wenn die Dezembergebühr bis zum 10.01. des Folgejahres gezahlt wird, dann wird diese mit berücksichtigt. Schwieriger wird die zweite Komponente, der betriebliche Nutzungsanteil. Hier kommen unseres Erachtens in Betracht einerseits das Datenvolumen oder andererseits die zeitliche Nutzung. Das Datenvolumen wäre über den Router ganz leicht zu ermitteln, muss aber nicht unbedingt sachgerecht sein. Wenn Sie an einem Arbeitstag von 8 Stunden nur Mails versenden oder Remote arbeiten, haben Sie relativ wenig Datenvolumen im Vergleich dazu, wenn Sie abends eine Netflix-Serie anschauen. Sachgerechter erscheint mir da eher die zeitliche Komponente. Hier bekommen wir gegebenenfalls ein Problem für den Nachweis oder zumindest die Glaubhaftmachung. Es kommt auf den Einzelfall an. Wenn Sie Alleinstehender sind und arbeiten ganztägig vom Homeoffice aus, dann kann eine private Nutzung sogar gänzlich zu vernachlässigen sein. Haben Sie eine Familie mit drei Kindern im besten Zockeralter, dann kann deren Internetnutzung den Löwenanteil ausmachen. Das Finanzgericht Köln hat sich in einer früheren Entscheidung bei den Kosten für einen Computer für einen hälftigen Abzug ausgesprochen, wenn der Steuerpflichtige nachweist oder glaubhaft macht, dass der PC in nicht unwesentlichem Umfang beruflich genutzt wird. Die Finanzverwaltung sollte diesem hälftigen Ansatz bei Internetkosten auch aus Vereinfachungsgründen folgen, also typisierend und pauschalierend jeweils von einer hälftigen privaten und einer hälftigen betrieblichen Nutzung ausgehen. Das Finanzgericht Köln hatte diese Überlegung für den hälftigen Abzug von Computerkosten bereits auf Internetkosten übertragen. Mein Ergebnis. Bei einer gemischten Nutzung, einer nicht unwesentlichen betrieblichen Nutzung, ist ein 50-prozentiger Abzug der Internetkosten eine gute und sachgerechte Ausgangsbasis und damit sollten wir auch ins Rennen gehen. Klären wir zum Schluss noch die Frage, ob ein Abzug der Internetkosten ausgeschlossen ist, weil das Gesetz grundsätzlich ein Abzugsverbot von Arbeitszimmeraufwendungen kennt oder weil schon die Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag gelten gemacht werden. Hier darf ich Entwarnung geben. Das Abzugsverbot von Arbeitszimmeraufwendungen betrifft nur die eigentlichen Raumkosten, nicht aber Betriebskosten wie zum Beispiel die Stromkosten für den PC oder Bildschirm oder eben auch nicht die Internetkosten. Und auch die Homeoffice-Pauschale verhindert den Abzug der Aufwendung nicht. Die Internetkosten können also zusätzlich als zusätzlicher Erwerbsaufwand neben der Homeoffice-Pauschale abgezogen werden. Ich hatte Ihnen noch einen Gestaltungstipp versprochen. Wenn der Betrieb, der Arbeitgeber die Kosten für den Internetanschluss insgesamt trägt, übernimmt, dann ist die Privatnutzung völlig steuerfrei. Auf den Umfang der privaten Nutzung kommt es dann gar nicht an. Es ist also zu überlegen, ob bei den nächsten Gehaltsgesprächen eine solche Kostenübernahme eine Möglichkeit ist, Steuern und auch Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. Auch der Vorsteuerabzug wird dadurch eröffnet. Es ist sogar möglich, dass der Arbeitgeber die Kosten übernimmt und den Arbeitslohn entsprechend vermindert. Stichwort Gehaltsumwandlung. Die Steuerbefreiung setzt nämlich das Zusätzlichkeitserfordernis nicht voraus. Als Geschäftsführer Ihrer eigenen GmbH sollten Sie nicht selbst privat die Kosten des Internetanschlusses tragen, sondern natürlich Ihre GmbH. Natürlich auch vorausgesetzt, Sie arbeiten auch von zu Hause. Eine abgeschwächte Gestaltung wäre, wenn man jetzt nicht gleich Vertragspartner für den Internetanschluss werden möchte, die nachträgliche Kostenerstattung für den Internetanschluss an den Arbeitnehmer. Der Erstattungsbetrag kann dann pauschal mit 25% besteuert werden. Hier sieht die Finanzverwaltung eine Vereinfachung, einen pauschalen Höchstbetrag von 50 Euro monatlich vor. Bei dieser abgeschwächten Gestaltung ist allerdings eine Gehaltsumwandlung nicht möglich, muss also zusätzlich zum Lohn on top gezahlt werden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.